Im Bezirk Serrania de Ronda, Eindrücke der Stille, wo die Zeit anzuhalten scheint. Geflasterte und gewundene Gassen, Wanderwege, die in eine eindrucksvolle Gebirgskulisse führen. Heimat des San Pascual Bailon und einer Dolorosa aus dem 18. Jahrhundert ist die Kirche Iglesia de la Immaculada Concepción. Ristisch, ländlich und uralt. In einem Umfeld von außergewöhnlichem ökologischen Wert, im Schatten der eindrucksvollen Eiche namens Valdecia, Rastplatz am Weg. An dem man Kräfte tanken und die typischen einheimischen Gerichte und Weine probieren kann. Parauta, Ruheplatz für den Reisenden.